Herzlich willkommen zu einem Tutorial oder auch Einführungskurs ins Digitale Zeichnen. Ich zeige dir heute die ersten Schritte sowie Tipps und Tricks, um mit dem Programm Paint-to-Side zurechtzukommen. Hierbei handelt es sich erstmal um die Futures, die man für den Anfang braucht. Um ein neues Bild zu öffnen, gehst du links oben auf File, dann auf New. Jetzt kannst du den Namen und die gewünschte Größe deines Bildes einstellen. Es gibt unter Preset viele vorgefertigte Abmessungen. Die Auflösung empfehle ich dir auf 300 dpi zu stellen. Als erstes gibt es hier links an der Seite eine Leiste mit deinen Layern. Einen neuen Layer erstellst du mit diesem Button. Layer sind sowas wie unsichtbare Blätter, die übereinander liegen. Opacity ist die Deckkraft des Layers. Jeder Layer kann allein bemalt und durch diesen kleinen Haken festgemacht werden, sodass du nur den Bereich weiter bearbeiten kannst, den du bemalt hast. Es gibt auch Layer-Gruppen, die du mit diesem Haken bestimmen kannst. Hiermit verschiebst du die Farbe von dem aktuell ausgewählten Layer auf den darunterliegenden. Mit dem Radiegummi kannst du alles auf dem aktuellen Layer löschen. Mit dem Mülleimer löschst du den kompletten Layer. Achte darauf, auf welchem Layer du gerade bist, bevor du zeichnest. In Paint-to-Sye gibt es zwei Filter, die du benutzen kannst. Der eine heißt Hue & Saturation. Der passt den Farbton, die Farbintensivität und das Licht in dein Bild an. Mit Brightness & Contrast stellst du die Helligkeit, den Kontrast und die Farbtiefe ein. Diese beiden Button sind die Vor- und Zurück-Tasten, um einzelne Arbeitsschritte rückgängig zu machen oder zu wiederholen. Mit Minus und Plus gehst du entweder näher ran an das Bild oder weiter weg. Mit Stop setzt du die Ansicht auf den Normalzustand zurück. Mit diesen beiden Drehtasten drehst du das Bild in die gewünschte Richtung. Rechts oben siehst du ein Farbfeld, wo du die gewünschte Farbe auswählen kannst. Darüber sind einige Button, womit du die Futures in diesem Menü aus- und einblenden kannst. Ich empfehle dir, den Farbkreis einzuschalten und das vierte und fünfte Kästchen. In dem vierten kannst du die Farbe zusammenmischen. Du kannst einfach eine Farbe nach links und eine nach rechts in die Rechtecke setzen und dazwischen entsteht dann ein Farbverlauf. Im fünften Kästchen kannst du deine Farbe, die du immer wieder verwenden willst, einfach speichern. Du suchst dir eine Farbe im Farbkreis, gehst dann auf ein freies Kästchen, rechtsklick und willst Set. Hier gibt es zwei verschiedene Auswahl-Tools. Eins in einem Viereck, das du beliebig ziehen kannst und eins zum komplett freien auswählen. Wenn du etwas ausgewählt hast, gehst du zum Beispiel hier unten auf Transform und kannst es jetzt beliebig verschieben und verzerren. Ein kleiner Tipp, wenn du hier bei Shift gedrückt hältst, ändert sich das Seitenverhältnis nicht. Wenn du währenddessen Steuerung drückst, kannst du einzelne Punkte verzerren. Nachdem du Transform geklickt hast, kannst du die Auswahl auch horizontal oder vertikal spiegeln. Der Zauberstab ist ein tolles Werkzeug, um schnell zu arbeiten. Damit kannst du eine abgeschlossene Fläche, eine Farbe oder einen Innenraum beispielsweise eines Kreises auswählen und dann komplett einfärben. Das kann praktisch sein, um nicht über Linien zu kommen oder einfach schneller einzufärben. Diese Art von Werkzeug gibt es auch als Stift, Deselect und Deselect Stift. Nachdem du den Zauberstab oder den Stift zum Auswählen benutzt hast, musst du auf einen Pen gehen, um die Fläche auszumalen. Oder du nimmst das Bucket-Tool, was die gesamte Fläche durch einen Klick einfärbt. Mit der Pipette kannst du dir eine Farbe aus deinem Bild herausholen. Klicke einfach auf die Farbe und schau, dass sie im Farbfeld fällt. Die wichtigsten zwei Stifte sind der Pen und der Brush. Dabei macht der Pen harte, klare Linien und der Brush ist für Farbverläufe und Ausarbeitung da. Wenn du auf einen Stift draufklickst, hast du hier die Größe und hier die Deckkraft, die du einstellen kannst. Du kannst dem Stift auch wie zum Beispiel in Photoshop eine andere Form oder eine Textur geben. Hier stellst du ein, wie hart die Spitze sein soll. Dabei ist das hart und das weich. Ein anderer interessanter Stift ist Blur. Er verwischt die Übergänge und kreiert einen fließenden Übergang. Ein kleiner Tipp am Rande, benutzt den Stift nicht zu viel für Farbübergänge, denn das macht das Bild oft unscharf. Zwei kleine Shortcuts, die ich dir noch mit auf den Weg geben möchte, sind Steuerung und C für Auswahl kopieren und Steuerung und V für einfügen. Das kann in vielen Situationen hilfreich sein. Zu guter Letzt gehst du wieder auf Pfeil und speicherst dein Projekt. Ich kann nur empfehlen, immer mal zwischendurch zu speichern, um Verlust durch Programmabsturz oder anderen Fehlern vorzubeugen. Jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ich konnte dir das Programm etwas näher bringen und viel Spaß beim Zeichnen. Euer Christian!